So, guten Abend. Ist ja der Zeit für Mech on Mech Action. Oder Gewalt. It is time. Ah, warm ist es, hm? Obwohl es bewölkt ist den ganzen Tag und wahrscheinlich jetzt demnächst anfängt zu gewittern und zu regnen. Aber trotzdem, warm, warm, warm hier. Ich habe meine Klimaanrage regelt. Zumindest hier im Zimmer. Zumindest hier im Zimmer regelt sie. Das ist wirklich die beste Investition. Habe ich mir heute wieder gedacht, du. Also wirklich all den Stress, den ich hatte mit dem Ding, das war es wert. Nur schon zum Streamen, weil ich hatte ja davor, als ich zuerst hier hingezogen bin, hatte ich ja meine alte mobile Klimaanlage, ne? Mit dem typischen Schlauch, den man aus dem Fenster raushängen muss und so. Hier stehen und die ist ja komplett überfordert gewesen. Und überhitzt. Dann habe ich mir eine zweite geholt, die wir noch hatten, die niemand benutzt hat. Und da hatte ich zwei mobile Klimaanlagen laufen hier. Ihr könnt euch ja vorstellen, auf Vollgas, was was für einen Lärm verursacht. Und die waren ja so um die... Also wenn man sie auf dem schnellen Modus, also im stärkeren Lüftungsmodus anhatte, dann hatten die schon eine davon 60 Dezibel, laut Beschreibung, laut Angabe. 60 Dezibel, dann mal zwei. Äh, nicht ganz mal zwei, aber zwei Stück davon. Eine direkt hier rechts neben mir. Und eine da hinten am Fenster. Und dann ging... Dann war es gerade so erträglich. Dann war es... Dann war es gerade so erträglich. Dann haben sie es geschafft, runterzukühlen. Gerade so. Und das war auch so ein Scheiß mit dem Scheiß Schlauch raushängen, weil die andere Klimaanlage, die zweite, die hatte dann so einen komischen weichen Schlauch, der sich immer komplett aufgebläht hat, wenn man sie angeschaltet hat. Damals hast du so einen harten Schlauch dran, den du einstellen kannst und zusammenpressen kannst, je nachdem. Aber die hatte so einen ganz weichen Schlauch, der sich immer aufgeblasen, also immer komplett aufgeblasen hat. Oder halt, ne, und verlängert hat, weil das war so ein ganz weicher Schlauch. Den konntest du gar nicht einstellen. Den da aus dem Fenster rauszubuxieren, boah, das war ein Scheißdreck. Und dann hatte ich ja das Problem mit der Klimaanlage hier, dass ich die gekauft hatte. So, jetzt mal die erste, die ich gekauft hatte, habe ich dann gesagt bekommen, so ein paar Tage später, so, ah ja, ne, die ist doch nicht auf Lager, obwohl sie eindeutig auf Lager war, laut Internetseite. Dann habe ich die gleiche Version halt nochmal bestellt, aber halt mit Wi-Fi. Die erste war ohne Wi-Fi, weil ich es nicht brauche. Dann habe ich ja gedacht, okay, dann bestelle ich halt die Version, die Wi-Fi hat. Kostet zwei irgendwie, ich glaube, 50 Euro oder sogar 100 Euro mehr gekostet, was ich lächerlich finde, aber, ja. Und dann habe ich nochmal angerufen und gefragt, so, ja, was ist denn da dabei bei der Klimaanlage? Weil ich sehe das nicht bei der Internetseite. Dann habe ich gefragt, so, ja, sind denn da die Kupferrohre dabei und so, ne, was man halt so braucht. Also, ja, ja, da ist alles dabei, was sie brauchen. So, okay. Cool. Ja, da kam die Klimaanlage an. Oder sie kam nicht an, der Fahrer kam mit dem LKW, wollte sie ausladen, hat gemerkt, oh, hat sie vergessen einzuladen. Da musste er am nächsten Tag nochmal kommen. Ja, und dann ging es los, jemanden zu finden, der die Klimaanlage einbauen möchte. Das war ja auch so ein Spass mit dem Ding. Ja, und dann habe ich halt jemanden, erst mal eine Firma zu finden, hier in der Umgebung, die überhaupt auf Klimaanlagen spezialisiert sind. Okay, habe ich ja eine gefunden, der kam dann auch so, ja, okay. Und er hat sich alles angeschaut und hat schon gesagt, uh, ist ein bisschen kritisch hier, weil ich hatte da schon ein Loch, wo dann das Rohr reinging, da oben links in der Ecke. Okay, da habe ich dann das, da hat der, da haben wir extra ein Loch gemacht, damit halt quasi, ne, dass man das Rohr von der mobilen Klimaanlage daran packen kann, das dann nach außen bläst. Das Problem ist aber, aus welchem Grund auch immer, ich weiß es nicht, bis heute nicht genau, hat er, die Person, die das gemacht hat, hat das ums Eck, so ums, so ums, ums, wo ist meine Kamera? So ums, ging so ums Eck herum, das Loch. Ein 80, 80, 85 Grad Winkel war das. Das mit Kupferrohren, uh, das schon gesagt, der Typ, der hier war, ist kritisch, aber sie probieren es, und sonst muss man halt dann gucken, ob man nochmal bohren muss oder irgendwas. Auf jeden Fall haben sie gesagt, so, ja, Kostenvoranschlag und so, und er so, ja, es sind zwei Personen, die einen halben Tag hier sein müssen, mit Material und allem drum und dran, ja, das könnte schon, zweieinhalb bis dreitausend, dreitausendfünfhundert Schweizer Franken werden. Nicht so, wuh, okay, ja, danke fürs Angebot. Mein Budget wäre gewesen, das ist schon viel, wären zweitausend Schweizer Franken gewesen fürs einbauen lassen. Das war aber wirklich das maximale Budget, was ich, was ich bezahlt hätte für sowas. Und das war weit drüber. Ja, und dann haben wir, dann hat dann irgendwie meine Mutter gesagt, ja, sie kennt jemanden und so, dann soll er das machen und dann wollten sie das, haben sie die Klimaanlage ausgepackt und dann haben wir gemerkt, hm, da sind ja gar keine Kupferrohre dabei, da ist ja gar nichts dabei, überhaupt nada ist da dabei. Okay, das ist das Innengerät, das Außengerät, ähm, das war dran, nichts, nicht mal, nicht mal, nicht mal, nicht mal ein Stromstecker war dran. Gar nichts, wirklich nur das Innengerät, Außengerät, sonst nix. Ah, und, ähm, äh, äh, Gummifüsschen für das Außengerät, damit es nicht so Lärm macht, das war dabei. Sonst nix. Hab ich dann, war schon, war schon sehr lustig und das war, das hat sich alles, äh, hingezögert, ne, rausgezögert, das war alles, äh, ziemlich lange, wie das, wie das dann gedauert hat. Äh, die ist, glaube ich, hier, die Klimaanlage ist hier ein Jahr rumgestanden. Weil ich hab sie mir ziemlich früh gekauft, als ich gemerkt hab, mit der mobilen Klimaanlage, da, da verrecke ich hier. Jetzt brauche ich hier, jetzt brauche ich, ich muss mir was Richtiges besorgen. Und, ähm, ja, da hab ich halt angerufen und gesagt, hey, mir wurde gesagt, hier ist alles dabei, was ist, was, was soll das? Da hab ich gesagt, da ist nicht mal ein Stromstecker dabei. Und dann so, ja, aber das ist jetzt schon eine Weile her, das müssen sie halt direkt überprüfen, wenn es ankommt, ob da alles dabei ist, und so weiter und so fort. Und ja, gut, ein Stromkabel können wir ihnen aus Kulanz zuschicken. Wieso, die haben das, um das wegen einem fucking Stromkabel, kommt's mir nicht darauf an, das kann ich für 15 Euro, äh, einen fucking Baumarkt kaufen, oder sowas. Ja, darum geht's nicht. Es geht darum, dass mir gesagt wurde, dass alles dabei ist, was ich brauche für die Klimaanlage. Und es sind keine Kupferrohre dabei, kein Stromstecker ist dabei, nix. Ja, hätten sie überprüfen müssen, ob alles da ist, als die Lieferung ankam. Und ich dachte, ja, es ist schon alles da. Das Problem ist, ich hab extra gefragt, ob da alles dabei ist, bei dem Paket, weil es, genau, es nämlich, äh, es stand nämlich da, bei der Bestellung, oder bei der Internetseite, dass es ein, äh, ein Klimaanlagen-Kit ist. Ne, ich hab's schon vor einer Weile gesagt, als ich das mal alles erklärt hatte, dass für mich ist ein Klimaanlagen in einem, bei einem Kit, also, das klang für mich zumindest so, bei einem Kit, wenn ich irgendwo so, äh, keine Ahnung, so einen Kinderspielkasten kaufe, wo, wo irgendwie, keine Ahnung, ein, 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 ein Modellpanzerkit, oder sowas dabei ist, dann ist für mich da, ein, ein, da ist für mich der Panzer drin, oder dann ist da, in diesen Kit sind dann meistens die Panzer drin, ne, die Teile für den Panzer, und auch ein Klebstoff ist dabei, und alles, was du brauchst. Weil es ja ein Kit ist, so ein Komplettpaket. So hab ich das verstanden. Und ich hab halt auch ein Video gesehen, von der Klimaanlage, äh, auch von der gleichen Marke, und da war halt auch, waren die, waren die Dings auch dabei, die, äh, Kupferrohre. Aber ja. Auf jeden Fall haben sie dann die Klimaanlage nicht zurückgenommen, weil, äh, währenddessen, ich hab dann halt noch andere Leute gesucht, andere Firmen gesucht, und die anderen Firmen, die ich gefunden hatte, ähm, die haben alle gesagt, ja, nee, ähm, sie bauen keine Fremdgeräte ein, sie bauen nur Geräte von, von sich ein, also die sie quasi vertreiben auch, die bauen sie ein. Äh, das machen sie nicht. Einer war dann hier, der hat sich das zuerst angeguckt, und hat auch gesagt, ja, 2000, das geht in Ordnung, können wir machen, sollte passen. Und leider hat er dann später angerufen, Tag später, oder zwei, oder ich musste ihm, glaube ich, hinterher telefonieren, weil er sich nicht gemailt hat, genau. Und dann meinte er so, ja, er hat mit der, Technikabteilung geredet, und die meinten so, nee, machen sie nicht, das, äh, Risiko wollen sie nicht eingehen, weil sie ja die Verantwortung übernehmen müssen, äh, weil, wenn sie das Gerät einbauen, dann müssen sie, haben sie die Verantwortung von, davon. Es sei wohl irgendwie gesetzlich so, dass sie dann dafür verantwortlich sind, das Risiko wollen sie nicht eingehen, bla 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 bla, ja, und dann stand ich da, toll. Aber sie würden das machen, für 3000 Franken, würden sie das machen, mit Gerät einbauen, mit ihrem eigenen Gerät, würden sie das machen. Und ich dachte, ja, ist eigentlich kein schlechter Preis, tatsächlich. Immer noch sauteuer, 3000 Schweizer Franken, ist jetzt nicht so, ne? Davon kann man sich ein PC kaufen, halbwegs guten. Aber ich hatte ja die Klimaanlage schon hier, wofür ich Geld bezahlt habe. 1000, ich weiß gar nicht, was waren das? 1100, oder so, waren das, glaube ich. für das Innen- und Außengerät. Ich habe keinen Bock gehabt, darauf liegen zu bleiben, verkauft das mal, verkauft mal ein, das kauft doch keine Sau, auf Ricardo, oder Ebay, oder so, verkauft denn so eine Klimaanlage, von irgendeinem Typen, wo einfach nur ein Innen- und Außengerät ist, kauft doch kein Mensch. Außer du sagst, ja 300 Franken, oder sowas, ja klar, dann würde es jemand kaufen, weil das natürlich dann ein Schnäppchen ist. Normalerweise, jetzt kauft doch keine Sau. Werde ich niemals los, das Ding. Naja, auf jeden Fall, jetzt ist das alles noch weiter rausgezogen, ich so, fuck, was mache ich jetzt? Und dann so, ja, der eine Typ, der zuerst hier war, der meinte, der könne das einbauen, aber dann, doch, nichts hatte, meinte dann so, ja, er hätte jemanden, er kennt da jemanden, der, äh, auch bei einer Klimaanlagenfirma anarbeitete, würde das dann machen kommen. für, für ein Tausender, ich so, ja geil, für ein Tausender, hey, win-win, awesome, machen wir sofort. Und, äh, ja, der hat dann auch die ganzen, das, die Kupfer, die Kupferrohre dabei gehabt und alles, ja, dann hatten sie auch Probleme, das ums Eck zu bringen, wie ich halt leider vermutet hatte, und da wollten sie schon aufgeben, und dann meinte dann, äh, der Mann meiner Mutter so, jo, wir können auch einfach gerade durchbohren, halt ein zweites Loch machen, einfach gerade durchbohren, und nicht da ums Eck gehen, sondern gerade weiterbohren. Hat wunderbar funktioniert, dann zum Glück. Ich weiß, ich weiß immer noch nicht, warum man von Anfang, äh, ich sag, egal, dass man von Anfang an einfach gerade machen können, das wäre so oder so einfacher gewesen, es wäre besser für den, für den Luftfluss gewesen, es wäre einfach generell besser, aber, egal. Ähm, ja. Dann hat er das eingebaut, musste ich noch ein bisschen mehr bezahlen, oder ich hab da ein bisschen mehr bezahlt, weil sie dann doch so lange, lange dran waren, und es war auch relativ warm. Äh, aber bis die dann kommen, das hat auch Ewigkeiten gedauert, das hat sich auch, ich musste auch 50 Mal nachfragen, bei dem Typen, dass, dass, dass die jetzt sich endlich mal melden, weil da war dann auch wieder komplett tote Hose, mehrere Monate. Ja, und dann war das Ding endlich eingebaut, und das hat zum Glück auch funktioniert. Wie gesagt, der ganze Stress, den ich damit hatte, das war wirklich, das war's wert. Froh, dass ich dann doch nicht aufgegeben habe, weil, es wird so extrem heiß hier in dem Zimmer, und generell in der, in der Wohnung hier, wird das so warm, das ist extrem, aber hier im Zimmer noch mehr, weil außenrum ist alles Glas. Alle Wände sind komplett aus Glas, und ich habe, äh, drei grosse Fenster, wirklich grosse Fenster, plus noch, äh, eine Balkontür, und hier erscheint auch die Sonne, den ganzen Tag drauf, also so ab, lass mich lügen, ab 10 Uhr morgens, zwischen 10 und 11 Uhr morgens, und je nach Jahreszeit, äh, fängt die Sonne an, drauf zu scheinen, und die hört auf, drauf zu scheinen, wenn sie untergeht. Also wirklich, den ganzen Tag, geht's wirklich so schräg, dann über das ganze, Zimmer rüber, auf die Seite, dann die Sonne. Äh, ja, das wird extrem warm hier drin. Das ist krank. Also ich würde hier, komplett untergehen, ohne Klimaanlage. Komplett. Also wenn die jetzt zum Beispiel, den Geist, wenn die jetzt den Geist aufgeben würde, jetzt zum Beispiel, ey, ich, ich habe keine Ahnung, was ich machen würde. Sterben. Ich würde mir schnell, schnell, gut, jetzt am Wochenende geht's sowieso nicht, aber ich würde mir dann, keine Ahnung, irgendwie gucken, wo die mobile Klimaanlage noch wieder, wieder hingepackt wurde, und wenn die nirgends sind, wenn ich die nirgends finde, dann würde ich ganz schnell, keine Ahnung, irgendwo, wo ich weiß, dass die schnell liefern, äh, äh, am Montag direkt, äh, eine Klimaanlage bestellen, oder jetzt schon, damit die dann am Dienstag da ist. Also eine mobile Klimaanlage halt wieder, ganz schnell. Keine Ahnung, es wäre die Hölle. Ich habe letztes Jahr im Sommer, nee, vorletztes Jahr, als ich noch die mobile Klimaanlage hatte, halt kurz ausgemacht, um, äh, äh, ich heiss gar nicht, irgendwas am Schlauch zu machen, oder so. Und, äh, innerhalb von 10 Minuten, direkt 38 Grad hier drin. Also, es würde mich kochen. Nee, deshalb sage ich, das ist die beste Investition. auch wenn es teuer war und stressig. Die Hitze, die ich mir erspart habe dadurch, und es ist eine sehr gute Klimaanlage, eine sehr starke Klimaanlage, und dadurch, dass sie so viel Power hat, kann ich, kann ich sie, äh, eigentlich immer im, im, relativen Sparmodus laufen lassen, sofern man überhaupt eine Klimaanlage im Sparmodus laufen lassen kann, aber, sie hat so viel Kühlpower, dass sie zum Beispiel nur auf der ersten Stufe, also erste Ventilatorstufe, bleiben muss, das reicht schon, die kühlt das runter. also die ist echt stark. Also, das ist schon nice. Vielleicht behalte ich den Raven und, äh, benutze ihn als Lightmech, statt dem Jener oder sowas. Oder statt dem Panther. Oder so. Ich meine, behalten werde ich ihn so oder so, weil es ein, äh, Hero-Mech ist, aber, ja. So. Also. Wir waren ja bei Kestrel Lanzers dabei, die Missionen zu machen. Okay. Okay. Na, Kiotas Mission hat dann auch ein Update gehabt heute. Es gab wohl irgendwie Bugs oder so anscheinend, was die Panzer anbelangt. Wer hat er dann auch behoben. Ja, auch noch schnell runtergeladen vom Stream. Ja, dann würde ich sagen, repariert haben wir. Na, nochmal checken. So, alles, oder, wir haben angefangen zu reparieren. Sind auch relativ bald fertig mit unseren... die großen Mech sind fertig mit unseren... Wenn der, wie es in der Kater fragt, ja, die brauchen noch ein Weilchen. Ein langes Weilchen, wie man hier sieht. Aber würde ich sagen... Kantine nochmal abchecken. Nö. Sagen. Departen wir. Okay. Mission accomplished, Lancers. Tikhonov is officially ours. Cruises Lancers Command has accepted the surrender of Tikograd and the major population sent... Hat er das nicht gelesen? Ja. Set Kurs. Ich habe den Kurs gesettet. Wir sind nun... Wo sind wir eigentlich? Kann ich gar nicht gucken, ne? Mhm. Ich muss ein bisschen auf mein Geld achten. Manni ist nicht so... Okay. Was ist spezielles? Uh. Ein Battlemaster. Gucken wir mal hier. Also ja, cool, wenn es so ein... Wenn es nicht möglich ist, diese Stats hier rauszublenden, damit man sich nur den Mech angucken kann. Das geht ja... Leider nischt. Black Knight. Kette fragt. Katapulten haben wir schon. Cyclops. Jäger-Mech. Umrode 3M. Umrode 3M. Ja. Ja, nö. Noch eine Kantine. Ein Highlander-Mech-Collecton. Puh. Das ist ein bisschen heftig. Das muss nicht unbedingt sein. Das haben wir keine. Die Mechs sind geräbt. Wir ran. Mission Briefing. Gastro-Lancers. We are about to make planetfall onto Tigris. Aerospace sweeps of our targeted LCs show no opposing forces waiting for us. From what the reconnaissance has shown, Mech and Vehicle forces are currently stationed just outside the largest population centers. It appears that the Capellan defenders will allow us to land on Tigris uncontested. We believe they are holding these defensive positions anticipating a blitzkrieg similar to our attack on Tikhonov. But that will not be our strategy this time. Unlike Tikhonov that had major population centers scattered across the planet, Tigris primary center of power rests in a concentrated cluster on multiple cities and townships called CJ. CJ Jengshi. I got. The four cities. Achso. The four cities. Okay. To control Tigris, we only need to neutralize the four cities to bring it under our control. To do this, the Castro-Lancers will be dropping 40 clicks north of the city, behind a small but dense forest named Yolors Grove. Our sister unit, the third Crucis Lancers, will be landing east of the four cities at the base of the Granite Fields Mountains. Both battalions will regroup at our planned forward operating bases and then move to initiate a coordinated pincer strike against the four cities. Before we can move against the four cities, both regiments of Crucis Lancers must secure forward operating bases to prepare for our eventual pincer attack. Our FOB will be located within Yolors Grove. Once planetside, you are to advance along the Navpoint route till you reach our planned location for the FOB and clear out any potential hostiles that may be occupying its location. Provided the Capellon defenders maintain their defensive positions, we should be able to secure our FOB with only marginal enemy resistance expected. Expected. Good luck, everyone. Okay. 265 Tonnen dürfen wir mitnehmen. Das heisst, wieder ein bisschen mehr. Das heisst, du kannst ja jetzt auch noch den hier mitnehmen. Dann haben wir jetzt genau. 265 Tonnen. Very neat. Okay. Let's go. The Fulcrum of Power on Tigris is a heavy concentration of the system's populace, clustered around a number of townships and cities known locally as Suga Changxi, the four cities. We've made Planetfall 40 klicks north of our main objective, shielded by a small but dense forest known as Yolors Grove, while the third has made Planetfall in the Granite Field Mountains to the east of our objective. We are each set to advance on the city from both directions and attempt a pincer attack to claim the four cities. Tread carefully. While Tigris is not the fortress world that Tikhanov was, we will not have the luxury of having the full might of all eight Lancer regiments on our side. For this campaign, it's just us and the third. So watch each other's backs and don't do anything reckless. Okie dokie. It's a bit dark because we're so full of shadows. The sun is... a cat. Marshal Davion, do we have any intel on our Op 4? Mio Intelligence reports Warrior House Hiritsu and Kerr Intruders have been stationed on Tigris for years with direct support from Laurel's Legion. A mercenary battalion with direct ties to the ruling family of Tigris. Beyond that, we have no intel on if those units are stationed here at full strength. We only have a handful of battalion stationed here on garrison duty. So our best estimates range from one to three regiments worth of hostiles in system. That's quite a range, sir. All the more reason to tread carefully, Mech Warrior. Continue to follow the marked navpoint route to our planned encampment site. Once we've set up a foothold within the system, we'll send out recon squads to see what is what. Ok. Let's me tell you, it's going to happen a surprise or something and there will be more defenders there than thought. I'm going to see what is going on. I'm getting some heavy sensor disruption. Could be the layout scouting our formations. Oh. 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 Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh. Raven. Oh super, they will be good at that. Oh god. Oh fuck. Ich bin der Intruder. Warum lebe ich Dabian serial codes auf dem Off-Ill? Nein. 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 Die Confederation hat viel von ihrer Dallin-Self-Mack-Produktion in der Seconden-Succession-Warum. Kurz Intruder macht das mit viel mehreren Anzahl an der Dabian-Salmung. Just focus auf ihre I-F-Signatures. Es ist besser gesagt als getan. Full of its sensor jamming. Ist es falsch? Und ich habe ein bisschen Spaß mit heute. Oh, der Dragon ist ja fast tot von mir, ist ja übelst beschädigt worden, was hat denn der gemacht? Ja genau, die Kapellen, die haben ja den Draven als Mech, der speziell für Electronic Warfare ist, die Signale stört. Ah, klasse, der wurde komplett gefokustet, mein Kollege da, ich habe keinen einzigen Schaden bekommen. Das ist erstaunlich. Roger that, da ist ein Raven, der versteckt sich da hinten. Was? Oh ja, AC-20-Burst-Fyre. Oh ja, AC-20-Burst-Fyre. Ich denke, ich bin... Ich denke, ich bin... Ach, ich muss sagen. f***ing Raven. ichStudgeb Die Internen vielleicht haben wir auf uns geholfen, aber wir sind nicht aus dieser Kampf. Bleib an sie, Lanzer! Lanzer! Oh, Scheiße! Autsch, das hat sie getan. I can't see shit. Nichts. Ja, und so eine Dragon ist ziemlich aggressiv unterwegs, was an sich ja ganz gut ist, aber kriegt auch gut aufs Maul. Ja, ich weiß nicht, dass der Wetter immer bringt, dass der Wetter immer gut ist. Wow. Okay, okay. Ich muss mich irgendwie verstecken. Ich kriege übelst aufs Maul gerade. Okay, okay. All of us are that target commanded. I could probably do it myself. We need to save our manpower for the fight ahead. Continue along to the locked NAS points. We still need to reach and secure our forward operating base. Great work, Commander. We took a beating, but Crippling Curse Intruders takes a Key Liao Assault Battalion off the board. You've provided a great service to House Davian this day. This should make our engagements with the Elite Warrior House troops easier. Gut, 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 gut. Puh, das war jetzt ein bisschen heftiger. Das hat, glaube ich, gut Damage kassiert. Und der Dragon auch. Ah, wir hatten einen Hero Wolverine. Okay, okay. T5 Waffen. Ist das der neue Charger? Ja. Das ist der bessere Charger. Ein Langbogen. Catefracked. Large Laser Short Burst. AC 20 Burst 4. LRM 20. Idiom Pulse Laser. E-X, please. Just received word from Rihanna that your unit has secured our drop zone, Commander. We'll be landing and offloading within a few hours, so maintain watch until we've established an FOB. From the reports I've been given, it appears you fended off the Cares Intruders. If this is true, this is a major first step to securing the planet, but also suggests the strength of the enemy forces in the surrounding areas. Be ready for anything and re-arm whatever you can. We'll see you soon. W- Ich habe ihn von ihm bekommen, den IRG. Das ist krass. Vier Medium-Pulse-Laser hat er auch noch. Heftiges Teil. Oh. Hat er hier etwas verloren? Nee, nice. Das ist krass. Ich denke, ich habe das nicht nur eine Laufung. Ich habe vielleicht nicht nur die Laufung einer Z continuar. Aber ich habe das in der Mitte. Ich habe eine E-Mail-Pulse-Ler und ausbrechen. Ich habe eine E-Mail-Pulse-Lanation. Aber das ist auch extrem. Das ist schon crazy. SRM4 Launcher. SRM4 Launcher. SRM4 Launcher. SRM4 Launcher. SRM4 Launcher. Ja, armortechnisch sind wir ein bisschen reduziert unterwegs, tatsächlich, aber ich meine, dafür haut das Ding richtig gut rein ins Gesicht. Ich habe das Ding richtig gut rein. Ich habe das Ding richtig gut rein. Einfach mal? Oh, wie lange das dauert. Wie teuer das ist, das zu reparieren. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin... Ich glaube, das Ding wird übelst heiß werden. Zu heiß. Aber geht nicht anders, da. Ich glaube, das Ding wird übelst heiß. Ich glaube, das Ding wird übelst heiß. Okay. Lanzers. Okay. Okay. 2,70. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Aber ich weiß ja nicht, ob wir den jetzt als Belohnung bekommen. Das ist jetzt ja die Frage. Das sieht nicht so aus. So, der Raven kommt in Cold Storage. So, der Rest wird gewrappt. Ich weiß nicht, ob wir in einem Nightmare-Scenario sind. Haus Hiritsu's Elite Commandos war able to raid Marshal Pedroza's Command Center und get away with her Battalion's encrypted Ministry of Information, Intelligence and Operations Codebooks. If decrypted, Haus Liao will be able to decode Haus Davion Wideband COM chatter and any transmission sent into any COMSTAR facility on occupied planetary networks. The entire security of Operation RAT could be in jeopardy. Our MIIO liaison believes that the encrypted Codebook data packets are now in the hands of the Maskirovka, the Capellan State Intelligence Service. Our spies have reported that since the start of the war... the Maskirovka have been struggling to keep up and verify the flood of reports and information, pouring into Xi'an every day. The head of the Maskirovka crisis team, Justin Qiang, is said to have instigated rules requiring local and regional verification of any new intelligence data before being forwarded to Xi'an to ensure that verified critical intel to the capital isn't buried by a mountain of minor unverified reports. Because of this, our MIIO liaison believes that the Codebooks will stay on Tigris until they are decoded or verified by some other means. Which means that there is still hope that we can still re-intercept the third Kruzis Stonen Codebooks before they are allowed to transmit them to Xi'an. Commander, we cannot allow those Codebooks to get off world. Once we identify the location of the Maskirovka, we will need to act swiftly and eliminate any data relay satellites that can transmit the Codebook data packs to a Jump Ship or Comstar. I'll need your unit to be ready at a moment's notice the second we identify where they are holding the Codebooks. Prepare your lands for rapid deployment the moment we can verify the facility that is housing the Codebooks. Unfortunately, I will not be able to commit additional forces to reinforce you for this mission, Commander. The Caster Lancer's primary objective of bringing the system into the fold has not changed, and for now House Hiritsu and Laurel's Legion still maintain control of Tigris. I'm trusting that you and Ryana are the only ones capable of getting this done without much support from the rest of the second cruises. Don't let us down now, Commander. Natürlich nicht. Wird I doch niemals tun. Also, wir müssen Satelliten Schüsseln erledigen, hا? So, wir haben hier 10 Tonnen können wir mitnehmen. Let's see. 10 Tonnen, das heißt, Das ist ein 70-Tonner. Du... Tonnen mehr... Das ginge nicht. Ich könnte natürlich... Äh... Ich könnte den Longbow mitnehmen, alternativ. Nehmen wir mal das so. Du kriegst den Archer. Dann kriegst du aber den guten oder den besseren. Ja... ...Dragon? Eigentlich wäre es besser, wenn er den Archer gibt, der mehr... ...potenziell zumindest mehr Raketen... ...denn. Du musst aber noch... ...skillen, der Junge. Ja... ...dannier. Ja... ...dannier. Kommander, es ist wichtig, dass du die Maskadovka von Decrypten aus diesen Code-Buch. Mit ihnen, sie können unsere Report-Buch und Significantly stifle Operation RAD-Security, um nicht nur unsere Leben, sondern alle Forderungen der Forderung zu risk. Armeo Liaison hat die Location der sogenannten Maskadovka-Relay-Stations in der System-Capital of Janfang. Wir brauchen sie zuerst, bevor sie Decode und Transmiten die Daten zu Compstar. Okie dokie. Was ist mit meinem FPS los, hey? Das ist ja Wahnsinn. What is going on? Ich verstehe es nicht. 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 Ich verstehe sie nicht. Besteht nicht. Besteht nicht. Besteht nicht. Besteht nicht. Besteht nicht. Ich habe echt keine Ahnung. Dann kann ich gleich die HD-Sachen wieder aktivieren, wenn ich trotzdem so wenige FPS rauskriege. Das ist ja extrem, hey. Also das ist krass. Mein PC das nicht schafft. Das ist brutal. Das ist brutal. Das ist ja extrem, dass die Liao-Force ist, wenn man die Liao-Force ist, wenn man die Liao-Force ist. Hey, jetzt habe ich den gleich Standbild, hey. Das hat meine 4090, 4900 K-Prozessor, wenn das hier... Das ist ja extrem, wenn man die Liao-Force ist. Let's try it up here. Eliminator eliminated. Target acquired. Focus target has been updated. New target shadowbomb. Target destroyed. Dango eliminated. Target destroyed. New target spider. I really need... All of us saw that target commander. I could probably do it myself. Target destroyed. Target applied. Oh boy. Perfectivics. Jump. Pinked in here. I can't see. I can't see. I can't see. I can't see. That thing's gonna explode. I can't see. 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 It's really good to get out of here. We just lost us at the relay station. Between that encryption. Let me present a voice standing by. We are waiting for our victory. We are running out of time. So we are waiting for our victory. 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 No time left. Begin forwarding the entire encrypted package to Ponsdine now. We cannot risk the ports of turning to Federal's hands. Das ist jetzt oder nicht, Commander. Wir müssen die Transmissions stoppen, bevor sie die Hand-Off haben. Das ist jetzt fertig. Ich habe 18 FPS gerade. Wahnsinn. Wahnsinn. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wobei vielleicht will ich auch lieber die guten Waffen da unten nehmen. Vielleicht nehme ich auch lieber die guten Weapons mit. Kommander, danke für dieses Debriefing mit mir in private. After your extraction, our support infantry moved to capture all Maskirovka facilities. Our MIIO license has reviewed the intel collected and we've determined that the Maskirovka was ordered to verify the price before they would be allowed to forward the data packages up to Zion. Thanks to your intervention, they were unable to do so. In their panic, they did the only thing that they could do to get the message of World transmitting the fully encrypted data packets through Comstar. Under trusting Cheyeng's mandates, they couldn't forward the packages directly to Zion. They needed to forward their reports to the commonality's regional capital for processing and verification. Normally, this would have been Tikhonov, had we not already conquered it. So instead, they were forced to transmit the packages to the capital of their neighboring commonality. They've transmitted the codebooks to Sarna. Little do they know that Sarna is already a marked target for the 5th wave of Operation RAT. Aus Davian's COC has just decided that the 5th Sirtis Fusiliers and a pair of mercenary battalions will be the units that take Sarna. The Fusiliers are already looking for some payback after the Liao Ambassador to New Sirtis kidnapped Duke Michael Hasek Davian 15 days ago, when CID attempted to arrest the Ambassador for espionage. Commander, I am invoking your position within the Cassery Lancers as a special operations battle mag company and ordering you to assemble your troops and prepare to depart for Sarna on your own. With Marshal Pedrosa injured, she has been recalled to New Avalon to report to the MIIO director Quintus Allard to alert him of our situation personally. In her absence, I am needed here to secure Tigress with the rest of the 2nd and 3rd cruises. Unfortunately, the only support I can give at the moment is a salvaged champion from your raid on the Maskirovka headquarters. It's badly damaged still, but it has some pretty potent firepower still on it. I will also be sending with you my own Thunderbolt. As much as I want to be in the cockpit myself, I must remain focused on leading the efforts on Tigress. Take good care of it for me. May it serve you well. While I am still attempting to charter a jumpship route for this task, be ready to depart from Tigress in no more than 7 days. I'll have more information for you prior to your departure. Until you meet up with the 5th 30th Fusiliers, you will be on your own. So prepare your forces for anything and everything. Make sure you took up on provisions from the market and begin all refits and repairs prior to leaving for Sarna. We'll discuss further details when I have them. Okay, 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 okay. Not bad, not bad. Auch not bad, überhaupt not bad. Okay. Okay... ... ... Something is not right and I don't know what... That is the problem. So, wir haben hier einiges verloren An Equip Aber das ist okay Das können wir ersetzen Wir haben hier ein paar gute Medium Laser Short Bursts Level 2 ja zumindest Wischendessen reinschmeißen können Allerdings Ist er definitiv nicht ready Für den nächsten Spass So, jetzt können wir hier mal ein bisschen aussortieren Wir haben jetzt einen Thunderbolt Gut, das sind keine 60 Tonnen Aber wir haben den Champion Den wir Reparieren Könnten Und gegebenenfalls Umswitchen könnten In ein Aha, aha, aha In ein SRM6 Boot Das ist doch Aufhören Das ist doch Das ist doch Das ist doch Äh, was wir haben? Den Max-Armor Wollen wir auf jeden Fall mehr Munition Vielleicht mache ich mir das alternativ Die Medium Laser tauschen wir aus gegen bessere Medium Laser Auf jeden Fall noch ein paar Double Heat Sinks rein Eine Machine Gun Ammo reicht Wollen wir überhaupt Machine Guns haben Brauchen wir wirklich Machine Guns Das ist auch so eine Frage Gut, was sonst? Gut, was sonst? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir haben eine Tonne zu wenig. Jetzt haben wir eine halbe Tonne zu wenig. Na gut, ich könnte halt noch eine ganze S-RM-Emo reinschmeißen. So. Das dauert zu lange. Das dauert. 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 Also, ich glaube. Aber das ist doch gar nicht so schlecht. Ja, ich denke, das kann man machen. Irgendwie. Obwohl es teuer ist. Wieder mal. Ja, und den Thunderbolt, ja gut, ich meine, und den Champion würden wir dann halt ersetzen gegen einen der beiden Dragons. Auf jeden Fall. Der Thunderbolt möglicherweise auch. Ja, aber es gab halt oftmals Situationen, wo genau 60 Tonnen gerade so noch ausgereicht haben. Damit ich den Mad Infantry mitnehmen kann, musste ich 60 Tonnen, oder ich hätte halt dann auf den Warhammer runterswitchen müssen. Fünf Tonnen weniger, dann hätte ich statt dem Dragon Head könnte man dann dann halt den Thunderbolt mitnehmen. Ist ja nicht sauheiss. Ah, gut. Armour technisch ist okay, ausser der Kopf. Beamer. Irgendwie. Könnten bessere Waffen einbauen. Pulslaser haben wir, glaube ich, nicht viel Besseres. Ne. Aber die... normalen Medium Laser hier können wir bessere einbauen. Ja. Ich habe hier noch zwei Plätze mehr, sogar. Hm. Ein bisschen SRM. Ein bisschen in die Füße. Wie immer. Ja. Okay. Ich habe hier noch mal fl det, als ich dich versuche, blöhm. Wie immer. Okay. Wie. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF Untertitelung des ZDF Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das passt doch. Zwar üben wir noch übelst heiß. Aber. Ja. Man, man, man. Das dauert alles so ewig. Es kostet so viel Geld. Die habe ich noch nicht mal geupgradet oder so. Das hat eine coole Farbe. 17. Dezember 2030. Theodor Kurita promoted to the rank of Gunji no Kanrei. Draconis Combined today announced that Theodor Kurita, commander of the legions of Vega and only son of coordinator Takashi Kurita, has been promoted to the rank of Unji no Kanrei, deputy of military affairs. Kanrei Kurita's recent exemplary service during the Fourth Succession War was rewarded with both the Katana Cluster and the Order of the Dragon, and it is hoped that this new position will allow him to more ably serve the dragon. The promotion has come as a shock to many Combined tabloids and royal family watchers, as it has long been believed that an internal family food between father and son had given way to Theodor being previously assigned to the legions of Vega, a unit known to be formed around the various tracks and malcontents of the DCMS. It is unclear if this promotion means that the heir to the dragon has returned to his father's good graces, or if it was only given as a way for the coordinator to keep a tighter grip over Kanrei Kurita. Oh, okay. So. So. Ich muss drei Millionen bezahlen. Bäh. Jedes Mal. So teuer. Ich habe zu viele Mechs. Too many Mechs. Im aktiven Service. Viel too many. Aber ich werde dann ein paar austauschen, weil ich habe ja hier jetzt dann ein paar gute neue Heavy Mechs, Schrägstrich Medium Mechs, wo ich dann die alten alle austauschen kann und in den Gold Storage schmeissen kann. Aber ja. Okay. Commander, I've tried contacting both the COC and the Fusiliers to alert them to our plight, but since the impending invasion of Zarna is considered top secret, their entire unit is operating under a communications flag out until they secure Zarna. But by that time it could be too late for us. We will need to dispatch you to Zarna on your own. Your mission will be to link up with the 5th Sirtis Fusiliers, Combat Commander General Gordon Hearthstone, or the Battle Mag Regiment Commander Colonel Anthony Harkness, and deliver this ferigraft message from myself explaining our situation. Once you've made contact with them, your objective on Zarna is to find the location of Zarna's Maskirovka headquarters and demolish it before they can decrypt the 3rd Circus out codebooks. See if General Hearthstone or Colonel Harkness can spare some forces to support you, once you've made contact. Unfortunately, due to Zarna's distance through the hostile space, and with jump ship availability being in short supply, the best we could master for you is a route that will take over 3 months before you arrive at Zarna, and another 16 days traveling from the jump point to the planet itself. By the time you touch down, it will be almost a month after the Fusiliers have initiated their invasion of the planet. If everything goes well, by the time you reach Zarna, they should have a strong foothold already established in the system. Commander, Until you make contact with the Fusiliers, you will be on your own with no support. So I need to ask, are you absolutely sure you have all of your mechs and equipment for refits during your journey? I have no idea what the situation on Zarna will look like by the time you arrive, so be extra sure that you have collected all needed provisions prior to departing. Godspeed, Commander. Contact me immediately once your objective is complete. Okay. Ja, wir haben alles, wir sind am reparieren, das passt alles. Wir fliegen. Meine Kantine. Jumpjet Class 3. Autocan 20 Tier 3. Ah, Jumpjetまず haben wir doch, oder? Ja klar, guck. Locker. Autocanons können wir von mir aus auch noch mitnehmen. Haben wir zwar nicht, aber... ... PPCs LRM15 Tier 4 Heavy Rifle Tier 4 Oh man Heavy Rifle Okay LRM15 T4 Ja die sind alle noch am Umbau LRM15 T4 LRM15 Stream Teuer Und das war das andere Noch LRM15 Heavy Rifle Und Auto Cannon 20 Auto Cannon 20 Warum tue ich das? Das kostet so unnötig Geld Das kostet so unnötig Geld Das kostet so unnötig Geld Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 We're on our final approach to Zarna and I'm still getting nothing on the Davian Command channel. I'm also picking up a large amount of space debris in a shallow orbit right outside of Zarna's exosphere. It looks to be the debris of a number of destroyed dropships or astatelites, but they are too small to make out any discernible origin. Wait a minute. Reminder. I'm just beginning to get a read on the 5th-30s Fusiliers encoded channel. It's incredibly faint. They appear to be sending an SOS. The message is only a single set of coordinates accompanied by a single repeating text transmission. Mayday, mayday, mayday. This is the 5th-30s Fusiliers calling for assistance from any forces loyal to the Federated Suns. We are in need of assistance at the following coordinates. No hole of it, no audio and no declaration of any kind of identification. And the signal on this is so faint that I can't even get a read on anything beyond the text transmission and the coordinates. I don't like this, Commander. I don't like this one bit. Unfortunately, those coordinates are the only lead we have at finding the Fusiliers. And we need those codebooks and their help or everything will be lost. If this signal is legitimate, we'll need to assist the Fusiliers and make contact with General Hearthstone or Colonel Harkness if you are going to have any hope of completing our mission. But be extremely cautious, Commander. This has all the markings of a trap to lure Davian Loyalists into an ambush. I would not risk our most effective mechs until we have a better idea for what's going on. If it's as bad as it looks, we are going to need a probe to prepare for the long haul. Ja gut. 290 Tonnen Okay. Okay. Oh, der Warhammer ist nicht ready. Oh, that's too bad. Done. Oh, that's too bad. Oh, that's too bad. Oh, that's too bad. Okay. 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 Die Kommunikation hat durch die Comstar-HPG-Relay-Listung geöffnet. Das kann nicht sein. Something is very strange hier. Very strange. Okay. Okay. Hast du das mal raus? Sie Get answers. Puh. Vielleicht sind es ja die Volumetric-Clouds, die Probleme machen. So. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Mann, 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 was für ein Dschungel hier Was ist das Wasser nicht zu tief und ich kann hier einfach rüber? Ja Plot, wie ist die Trap? Du bist. Ihr IFF sagt, dass du mit den zweiten Kruisers-Lancern bist. Warum sind die Lancern hier auf Sarna? Die Lancern hier nicht in Kraft. Es sind nur uns. Wir sind hier auf spezielle Anwendung von Marshal Jackson Davion. Wir haben eine Urge von Masse zu diskutieren mit General Horstown. Er ist weg. Wir glauben, dass er K.I.A. ist. Was ist K.I.A.? Oh. 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 Damu, hast du Dropship-Support für deine Unitung? Nein, unser Dropship-Support wurde in low-Orbit, kurz nach dem wir Planetfall gemacht haben. Wir haben uns die Anwendung und die Anwendung von den Dropship-Support-Support-Supporten, die wir finden können. Ich bin mit dir direkt. Nach einem selben Monat von Städten-Hotel-Horsten, wir sind auf unsere letzte Legs. Was ist hier passiert? Sorda war eine Verlust. Unsere Mio-Intelligence war komplett nicht accurate. Sie sagten, das System nur durchführen wurde von ein paar Regiments von Militia mit möglichen Leitmech-Reserve-Support. Was wir haben, was alle vier Regiments von McCarran Armored Cavalry. Sie haben uns für die Planeten-Supporten geplant gemacht, bevor sie an die Dropships-Supporten versuchen, zu zurück in low-Orbit, zu verabschieden uns auf diesem Block. Dann, ihre Mech- und Vehikel-Supporten wurden gegen die Grähe-River und alle. Nur ein Handel von uns wurde es geschafft. Hedge-Hot. Glaube ich. Verabschieden uns auf die Grähe-River und alle. Wir sind ein Marauder. Have you attempted to contact any jumpships at the silent jump point? We've tried multiple times, but the Confederation seemed to blanket the entire system in some sort of thick electromagnetic field that's completely scrambling anything that isn't short-range communications on planet. That would explain why we weren't reading anything of the widebound of our bird into the system. Under here, enemy left destroyed. It's almost as good as me, too bad. Yes, sir. Let's go. Hmm. Target acquired. I don't believe that for a second. No matter what the Confederation state rescue said. The HPG was the only hope of contacting anyone off-world about our dire situation here. It makes no sense that we would destroy the only means of saving ourselves. With LIAF shooting down our dropships and the HPG destroyed, we have no way of contacting anyone off-world No matter what. Whoever destroyed the HPG, most likely condemned us all to death. Why? Yeah, some things seem crazy about that. You have to be absolutely mental, to even think about crossing Comstar and their HPG-speculators. Last time someone tried, the entire Free World League found themselves with our interstellar communications for almost a year. Yeah. Man, man, man. Und bin ich müde, hey. Ist ja schlimm. Warum? Warum? Target is destroyed. Noch 6 Stück müssen wir töten. 5 Stück Mathematik. Uh-huh. 6 Stück Sichern. Man is dabei. Dann mach bitte. Steh nicht nur blöd drum. Jetzt haut er ab, weißt du jetzt die ganze Zeit hier im Eck am Warten gewesen und kaum bin ich in seiner Nähe, fängt daran abzuhauen. Dann mach bitte. 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 Maradeur. Crap haben wir keine. Dann mach bitte. 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 Hmmmmmm... Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Wahrlich nicht schlecht, aber die Planung ist mir echt zu viel. Was wir aber machen ist die XL Engine ausbauen, den Double Heatsinkit ausbauen, Endostructure ausbauen und die ganze Engine können wir auch ausbauen. Oh komm! Warum? Dann gehen wir in Cold Storage erstmal. Kommanderer. Ich habe eure Message von Marshal Davian. Das ist auch krass. Ich kriege keinen Ruf während Kestrel landet. Das ist krass, dass das nicht hochgeht. Naja. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Wir glauben, dass wir noch ein paar Fusiliers ausbauen können. Das ist nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm. I'm actually amazed that you were able to pick it up probably because your dropship communications gear is much more powerful than your average mechs that actually gives me an idea if I can give you the transponder codes our mechs and vehicles use in the field you should be able to track down those responsible for the HPG attack by using the sensors on your leopard I don't know what goes in their heads to be dumb enough to attack one of Comstar's HPGs but if they are still alive we all stand a much better chance surviving this if we all work together safety in numbers and all that if you help us out here I promise it will do our best to support you in completing your mission I wouldn't worry about those codebooks going anywhere with the systems HPG down and all commercialed dropships grounded they wouldn't be able to get those codes of the world even if they wanted to ahh this is odd your scanners are showing that the fusiliers remnants that attacked Comstar's HPG are still hiding amongst the ruins of the facility I didn't want to believe that they would do something as moronic as attack an HPG facility but even if they will need to join forces to survive out here maybe with their help we can stand a chance against McCarran's armored cavalry okay okay können 5 Tonnen mehr mitnehmen entweder haben wir noch einen 75 Tonner oder so ist wirklich ist wirklich aber ich könnte äh den possum einpacken typisch können 5 Tonnen mehr dabei haben ich meine da ist schon 75 Tonnen warte mal können wir hier wieder auf den switchen äh 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 B C äh C 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 Okay. Jetzt hier irgendwelche netten Mechs zu kaufen oder irgendwas seltenes an Equipment oder so. 20 Burst Fire. Die sind teuer. Light Rifle, LRM-10. Ist das das, was ich schon vorhin geschaut habe? Ich glaube, ja. So, ich bin nochmal kurz AFK. Gleich wieder da. Okay. 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 Let's go, okay? Untertitelung des ZDF, 2020 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 alive. We got lucky and he fell unconscious during the battle. We weren't so lucky with his co-conspirators though. Many of them killed themselves before they could be taken into custody. We got a handful of them, but not as many as I would have liked to capture. Whoever they are, they definitely have top-grade intelligence training. Could be Maskirovka or Death Commandos, but honestly, there are some huge holes in that theory. They wanted to trap us here and attacked the HPG to frame House Davian in the eyes of Comstar. While the broad strokes make sense, other major details don't. They never once called for mechcaverns to reinforce them. They have no forms of IDs, they don't act like any Capellan I've ever seen, and most of all, they know things. Things that no Capellan intelligence officer would ever divulge to us. If I'm being honest, the whole lot of them give me the creeps. We've put all the survivors under enhanced interrogation and came up with zero answers as to who they are or why they destroyed the HPG, but plenty of seemingly random bits of information regarding Yorinaga Kurita, a Liao counter-offensive, plans for a raid against the new Avalon NAIS campus, and other things that were clearly way too implausible to be true. Among random bits of information they did divulge was the location of all Maskirovka facilities on Zarna, and confirmation that they did receive a priority message from Tigress months ago. They claim it's been buried in a sea of thousands of other reports that began flooding into their offices since the fall of Tykonov. Tykonov. This must be your last codebooks, Commander. If it's true, then the Maskirovka do have it, but don't yet know the value of the content they possess. Although, we didn't find any additional Fusilier survivors. A deal's a deal. Commander, I'll spare what I can to assist you in a raid against the identified Maskirovka headquarters. It won't be much, but with this new intel it should hopefully be enough for you to get your job done. Ja, mysteriöse Dinge passieren hier. Den Typen. Thanks to our impostor friends, we've tracked down the Maskirovka facilities that administer the entirety of this Zarna commonality, and have confirmed that the codebooks were delivered to at least one of the marked facilities. Destroy every target at the marked NAF points and get out of there. I'll deploy Commandos to verify that everything at the marked facilities are destroyed. Roger dead. 300 Tonnen können wir mitnehmen. 300 Tonnen, also 5 Tonnen mehr. Nun. Nun, 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 nun. 5 Tonnen mehr. 5 Tonnen mehr. Wisse für mich, dass wir einen 85 Tonner Mech mitnehmen können. Sprich, wir könnten einen auf Massive Longbow machen. Weiss ich aber nicht, ob ich das möchte. Oder wir könnten hier... Den... Aber viel besser ist der... Der ist ja nicht schlechter. Macht so viel Schaden. Genauso bei ihm. Das lohnt sich nicht. Ich denke, wir lassen das so. Mission startet in 40 Tagen. Ah, unsere Piloten sind... ...bereit zum... ...trainieren. Increase Energy, Proficiency, Heat Management, Increase Ballistic and Shielding. Hm. Hm. Das ist Thunder. Locked und ladet, Boss. Gib mir die Anrufe. Das ist Raider. Ah, schaue ich! Danke für die Möglichkeit, Commander. Ich werde nicht dich oder deine Firma abschließen lassen. Hm, du hast die richtige Anrufe gemacht, Kind. Du zeigst ihn und ich schaue ihn an. Ich bin froh, dass du mit dabei bist, Commander. Lass uns das machen. Ich bin froh, dass du mit dabei bist, Commander. Lass uns das machen. Mann, 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 die sind Ewigkeiten und trainieren jetzt. Ich schaue ihn an. Ich schaue ihn an. Aber vielleicht ist hier einer der Mechs jetzt... ...gerrappt. Ja... Tatsächlich... Tatsächlich haben wir jetzt möglicherweise... ...etwas, was wir alternativmässig mitnehmen könnten. Ich meine, was wir natürlich machen könnten, ist... Ich meine, was wir natürlich machen könnten, ist... ...haben wir einen 90 Tonner Assault? Ich komme nicht hier drüber, weil ich euch verringert habe. ...ja, das ist der Cyclops, aber... Ich meine, es ist der Cyclops... ...ja, ich werde nicht ernst sein. ...der ist in Ordnung. ...ist der Cyclops. Dann nimmst du mal den Cutterfrag mit. Aber warte mal, was bist du für ein... Ich muss auch noch die richtigen Stats geben. Bist ein Brawler? Joa. Appengroups auch noch einstellen hier. Dann kann er die Arme einzeln schiessen. Dann hat er hier alles auf einen Schlag. Und die SRMs hat er noch verteilt. Das könnte gut gehen. So, und du bist ein Striker. Striker sind fast, lightly armed units with close range heavy weaponry. Das bist du definitiv ein Git. Bist eher... Ansonsten, was ist Skirmisher? Bin ich wirklich... Juggernaut? Eher... Weapongroups. Weapongroups. Also, was haben wir denn? Ich würde sagen, dass... Warte mal... Wie viel range hat die Snabnose PPC? 270. 270. 270. Also, das machen wir dann so. Das hat am meisten Range. Ich meine, ich könnte... Ich könnte die Snabnose gleichsetzen mit den Lasern. Aber ich mache ich glaube ich nicht. Dann nehmen wir als nächstes die Snabnose PPC. Dann die Laser. Dann den SRM. Dann die Maschinengewehr. Ist das etwas, was sinnvoll ist? Wenn ich den steuern würde, würde ich es ganz anders machen, aber... Dann würde ich, glaube ich, die Snabnose PPC und die SRMs gleich auf den gleichen... setzen. Oder die Medium Laser. Oder die Maschine Guns auf die Medium Laser oder so. Oder das Ding, die KI steuert. Okay. 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 Right, Commander. Wir hatten die Maschine der Begründung von Sarnas-Maskierowka-Handien. Und die Support-Fachstellen in der Kapitel-City of Sarnas von unseren Skarabnose Poster. Wenn deine Codbogen verletzt wurde irgendwo verletzt, es wäre in allen der Markten-Fachstellen für Decode. Mit dem HPG-System auf dem Server, ist es ziemlich sicher zu sagen, Die Codebücher werden nicht möglich sein können, wenn sie auf dem Planeten gekocht wurden. Also, wenn Sie sie hier entdeckten, ist es nicht möglich, dass Lea sie wieder retriebe. Wir haben hier tief in enemy territory, also kann ich Sie nur mit einem kleinen Team von Kommandos unterstützen. Sie werden Sie verabschieden und verabschieden die Codebücher, als Sie die entdeckten Gebäude entdeckten. Das ist Ihre Aufgabe, und ich muss die Fusilier und planen unsere nächste Bewegung. Also, ich lasse das Rest für Sie und Rihanna. Best Glück. Und zu Ihnen, Captain Dammit. Ich habe nichts zu tun, Commander. Also, lass uns den Job machen. Thunder hier. One mehr enemy. Target destroyed. Target destroyed. ь und dann schützt. Ich hole dich. time to dodge! Time to dodge! Der Thunder, er hat gehauen durch in der Schuhbox. Okay. Oh, wir haben Zeitdruck. 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 Jetzt warten wir, bevor die Karrans armiertes Kavalier in Kraft entsteht. Gehe deinen Weg nach dem Marks Exfil-Site. Untertitelung des ZDF, 2020 Hero Stalker Chaos Okay Okay, that's interesting, that's interesting, Ryan, awesome wieder mal. Yes, I think we should do something else here. Excellent work on the raid commander. Convert the facility has been raised and the defending enemy forces have either been destroyed or leaving the area. The reprieve won't last long, so grab whatever you can and link up with us ASAP for debrief. Yeah, 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 yeah. Okay, 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 okay. Ein Gauss Stalker. Congratulations, completing your mission commander. My commandos reported that the second the Maskirovka saw infantry investigating their destroyed sites, they initiated protocols to destroy everything, rather than see confederation secrets fall into our hands. We were able to capture a handful of random data drives for good measure, but I doubt there's anything of immediate value to us on them. Although your mission for Marshal Davian is now complete, I'm afraid that you're still trapped on Sarna just like the rest of us. The our forces still maintain air superiority and will destroy your dropship if you attempt to leave the system, just as they destroyed all of ours. But not all of hope is lost. We just captured a scouting patrol from the local militia and were able to tap into McCarran's comms system. While we know they will change the transmission codes the second they realize one of their patrols are missing, We've learned that McCarran is squarely focused on destroying remnants of the Crater Cobras and Screaming Eagles, the 30s Fusiliers' mercenary support battalions for the Sarna campaign. They're still alive and have been causing the Big Mac nothing but problems for months now. We've used your Leopard's sensors to pinpoint their position through their assigned transponder codes. And we've verified that they are still alive and moving, although they are too far for us to make radio contact through all of this electromagnetic jamming. This is the best news we've received since you all arrived to help us. Commander will need you to make initial contact with them. At the moment the reported location is too far away from any of our Fusiliers to make without abandoning our wounded and prisoners. I'll prep everyone for transport and then begin slowly migrate our surviving personnel in their general direction. Your forces can fly ahead in your dropship and make initial contact with their forces and plan a rendezvous point for us. The mercenaries have been moving their forces repeatedly trying to stay one step ahead of McCarran's armored cavalry. Judging by their movements, it appears that they are migrating towards the ruins of a direlict warship located deep in northern Jakarlos. This will be the most ideal spot for you to make contact with them. This might be the last time we see each other, Commander. So before you go, I just want to say thanks for everything. You've given all the remaining Fusiliers hope that we'll make it out of all of this, one way or another. The mercenaries have nothing to have over yet. No problem... Of course... Yeah, no problem... ... ... ... ... ... ... ... ... Wir haben jetzt wieder mehr Tonnen bekommen. Aber auch hier wieder nichts, wo wir sagen könnten, ja gut. Ich könnte allerdings 15 Tonnen mehr. Das heißt, ich kann meine Benji mitnehmen. 44 Tage warten. Ich meine, ich könnte ja schon mal gucken. Ich wünsche, es gäbe hier so einen Sortierknopf. Also. Zum Beispiel den Cyclops. Den können wir auf jeden Fall in den Storage schmeißen. Den Warhammer 6K können wir in den Storage schmeißen. Und wahrscheinlich sogar verkaufen. Done. Done. Untertitelung. BR 2018 Dann können wir den Flame Dragon Full Storage schmeißen. Weil für den nehme ich lieber den Wolverine mit zum Beispiel. Der ist sogar 5 Tonnen leichter. Dann würde ich sogar überlegen, ob ich den Marauder in den Cold Storage schmeiße. Weil wir haben hier den Caterfract. Und dann können wir den Caterfract. Und wir haben den 65 Tonner. Wir können Archer in Cold Storage schmeißen. Das ist zwar ein LRM Boot. Aber... Ja. Ja, der setzt eigentlich den Dragon dann hier. Aber noch nicht jetzt. Ein LRM Boot kann schon nützlich sein. Das ist echt nicht schlecht. Irgendwie, irgendwann. Irgendwo. Aber auch nicht wirklich, weil die KI ist... Ja, gut, es geht. Es kommt drauf an. So, dann Assault Mags. Haben wir halt auch schon relativ viele jetzt. Ja. Assault Mags könnten wir... wegmachen. Ich glaube, die Corsair. vielleicht den... Longbow. So, aber jetzt sind wir schon mal deutlich runter mit den Kosten. Okay. 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 LoL. Leehard Snyder. istip konsequent. Okay. Ich hätte heute auf einen N INF bekannt lernen können. Bo��. So. If we wanted to do that before it was managed as well. Wenn wir uns jetzt hier rausnehmen wollen, wird die K第三el oldu. Wir hoffen, dass sie nicht so grossen Straßen wie wir sind. Oh ja! Oh ja! Das ist richtig! Wie sieg das Tile ist, hey. Schon krass. Die Mechs, sie sind auf dem Federations-Sons-IFF. Sie sind da, sich selbst zu identifizieren. Wir sind eine Entdeckung der zweiten Krusen-Lanzer auf spezielle Anwendung. Wir sind hier, um zu helfen. Rihanna Campbell? Ist das du? Ich dachte, du bist mit dem Merk-Outfit von Galahad-Wargames. Was machst du, auf dem Dabian-Military-IFFs? Das ist eine lange Geschichte für eine andere Zeit. Aber jetzt, wir versuchen uns zu helfen, aus dieser Beste. Das ist sehr optimistisch von dir. Wir haben in diese Position, um sich zu retten von einer Anwendung von der 3. McCarrens-Armored-Kalvary. Sie haben unsere Gefängnisse seit der letzten Woche, nachdem wir ein all-out-assault von ihnen in Graves Hallow haben. Wenn du willst, uns mit uns und wir uns wiederholfen. Wir bleiben uns in gut genug Form, und wir können nur leben, um morgen zu sehen. Schöne, 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 Schöne! Sie sind hier! Okay, dann. Wir werden arbeiten. Rihanna, Commander. Wir haben hier die Unterstützung. Wir bleiben uns in der Lage, wir werden uns in der Lage, wir werden nicht gut für dich. Wir werden uns nicht gut für dich. EFPS droppen wieder runter Wir sind schnell hier Entstanden, wir sollten uns beherren, wenn wir unsere Fuerzen in der Kampf Wir machen unser Bestes, Körnel Wir halten den Punkt Javelin 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 Jetzt geht hinter die Düben doch mal killen Javelin 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute, Das war's für heute. 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 Das ist ein 65 Tonner. Ich meine... Ich habe hier ein paar... Na gut, aber wen tausche ich aus? Ich meine... Ich müsste entweder... ... ihn austauschen. Ich glaube, der kommt... Der kommt, glaube ich, nicht ran. Selbst wenn wir dich reparieren. Nö, 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 nö. Du kommst in den Cold Storage. Okay. Wir sind am Wrappen. 21. April 3031. Duchess of St. Ives rebuffs annexation attempts of First Prince Hans Davian. The Duchess of St. Ives, Candace Diao, publicly announced that she will no longer be coerced by the ongoing demands of First Prince Hans Davian. After the Fourth Succession War, the First Prince continuously wished to annex the independent nation, using it as a staging ground for future incursions into Capellan space, similarly to what transpired with the Tikhonov Free Republic in September this year. Duchess expressed that St. Ives would not be brought into future conflicts and even threatened to leak critical intel to the Capellan Confederation if First Prince would continue to persist. It is clear that the Duchess wishes only peace and prosperity for her fledgling nation as it remains a distant presence from the ongoing conflicts of House Davian and House Liao. That sure is some story you got there, Commander. While I am glad to hear that Captain Daimou was able to rally a number of survivors from the Fusiliers' ranks, you won't find much sympathy for their plight among my men after what Hearthstone pulled. You see, things went sideways for us the second we arrived in system. After they heard Maximilian Liao killed their beloved Duke, General Hearthstone ordered the 5th 30th Fusiliers to charge ahead of our invasion flotilla on a high G-burn that jumped the gun on the agreed-upon invasion schedule. They beat us to the planet's surface by two days, hoping to satisfy their lust for revenge. All they did was walk face-first into a trap that doomed them all. I can still hear the screams they broadcast to us in vain, hope that we would save them while we were still over a day away from reaching the planet. The Screaming Eagles and I decided that despite the incompetence of Hearthstone and the Fusiliers, we could not deviate from our contracted invasion plan. If we packed it up and left for home, we might have lived, but we would never be able to find MRB back to work again. We came to the joint decision that we would drop in system and fight out McCarran's armored cavalry in a protracted guerilla war and attempt to get a message of system requesting reinforcements from the armed forces of the Federated Suns. Little did we know that the Capellans had some kind of jamming field that disrupts long-range communications planet-wide. Those bastards kept their jammers off so we could listen to the Fusiliers plead for their lives on our approach in, only to flip the switch and jam our comms the second we hit atmosphere. We've been trying to figure out a way to get a message to the jump point ever since. Commander, we've spent months scouting out the facilities that the Capellans use to disrupt long-range communications on planet, but with our numbers we've always determined that assaulting one was too high risk. With you here we may just be able to pull it off. We know the Capellans are gunning for us, so if we pull the big mechs attentions away from a number of their regional jamming arrays, we should be able to thin their defenses enough to where you can perform a targeted strike and bring those jammers down. It'll be just like Galahad. We'll draw them away, you see that the mission gets done. I'll be straight with you commander. This mission is critical to us being able to get a message out of the system. I don't know how much longer any of us can last down here, but if you give us a month or so we can plan for an assault on these jamming facilities. So take your time to prepare your forces and be ready for anything. We may have a need to deploy in consecutive missions depending on how McCarran reacts to their jammers being destroyed. So make sure you complete as many repairs and refits as possible before we execute this mission. Godspeed my friend, we'll see you on the other side. Okay. 10 tonnen mehr können wir mitnehmen. 10 tonnen mehr. That meatusoid. Du kriegst den Awesome jetzt. Die Kreator-Cobra haben uns mit einer Reihe von kraftvollen ECM-Arreys gefordert. Okay, 15 FPS. Das ist erstmal ein Exit-Game. Dann das Game nochmal starten. Wo bist du? Da. Das ist ja... Wer ist drange? Diesen FPS-Drops. Ich kann es gucken. Wenn ich jetzt gleich nochmal starte, 120 FPS flüssig. Also wirklich, jede Mission wird es schlimmer. Jede Mission verliere ich ein bisschen FPS. Das ist krass. Also die Frage, ist es ein Mod-Konflikt? Oder ist es einfach generell ein Mod, der das auslöst? Who knows? Who knows? Who knows? Nobody knows. Nobody knows. Nobody knows. Der Mech ist schon auch cool. Es ist ein Samurai-Mech da. Hier. Ist aber auch, glaube ich, relativ selten. Ja, 120 FPS. Komplett flüssig. Das ist echt komisch. Das ist echt komisch. Die Musik. Wir werden wahrscheinlich hier sterben. Kommando. Oh, schön. No pressure at all für den Likes des uns, oder? Ich weiß, es ist schwierig zu hören. Aber es ist die simple Wahrheit. Während wir unsere Führung haben, McCarran's Armored Cavalry still has 4 full regiments of troops on Sinai. It's a simple numbers game. The reality is, we don't have enough forces to come out ahead. Even with the Crater Cobras and the Eagles, we need reinforcements. And when we put those HPG down, the only way that we can ever hope of getting them is if we get a message back to Davion Command through a ferried message by Jump Ship. Bringing down these ECM arrays is our only chance of doing that. I'm not exaggerating when I say that this time all my lives are depending on this. So, good luck, Commander. Yeah, I have to start a couple of missions for the game. Something... ...stort my sensors. Probably the tower is right there itself. ...sort my sensors. Thunder here. He's going home in a shoebox. Das war eine Transmission auf der AFFC's command line, die erste, seitdem wir auf Soynar gekommen sind. Ich kann nicht alles herausfinden, aber die anderen ECM-Towern, könnte es nicht geben. Bleibt es auf der Karte. Plakke Schütze! Oh boy, we're back doing this. Target destroyed. Target destroyed. Target deployed. Target deployed. Target destroyed. Target destroyed. Target destroyed. Now just let us handle it from here. Ihr macht das schon Ciao Wir haben die Ausbildung gebrochen. Wir sind im Moment gerufen. Wir werden sie im Moment gesprungen. Wir werden sie in eine Stunde halten. Wir werden sie in eine Stunde halten. Dammit. Kommandant, die ECM-errukte ist verschwinden. Aber McCarrin ist in der Angelegenheit der Vortrag. Wir werden die ECM-errukte verteidigen. Wir haben die Zahlen nicht in der Angelegenheit gewonnen. Wir brauchen die Towers zu verändern. Wir brauchen die Towers zu verraten, damit wir einen rauf in ihren Linken finden. Wir haben den langen und schwer für das zu sein sein. Ich bin dabei, Rainer, ich bin dabei. Ich bin dabei, ich bin dabei, ich bin dabei. Ich bin dabei, ich bin dabei, ich bin dabei. Ich bin dabei, ich bin dabei. Ich bin dabei, ich bin dabei, ich bin dabei. Ich bin dabei, ich bin dabei, ich bin dabei. Ich bin dabei, ich bin dabei. Okay, zum letzten Punkt. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich bin dabei, 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 ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich bin dabei, 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 ich bin dabei. Neues? Nein. We need to master whatever strength we have left and hold the line until Colonel Zortek relieves us. Gather your best mechs, equipment and mech warriors and meet my Greater Cobras at the following coordinates. Prepare to give the Big Mac everything you've got. We did not go through six months of just hell just to die on the day that reinforcements arrive. The only thing left to do is hold the line. We do that and we will live to see tomorrow. 350 Tonnen können wir mitnehmen. Okay. Das heisst wir können 30 Tonnen mehr mitnehmen. Das heisst. Oh shit. Oh shit. Oh. Okay. Ja wenn das so ist. Wenn das so ist. Das heisst. Ich will meine Grabe haben. Dann haben wir jetzt noch 25 Tonnen. Das heisst wir könnten hier eine Mathematik. Wir können bis zu 95 Tonnen hoch gehen hier tatsächlich. Bis zu 95. Ja. Das ist ein. Oh. Schau mal wer hat mehr Racketen? 15 du hast mehr Raketen. So dann hier. Gönn dir. Ja der Rest ist eigentlich nicht wirklich beschädigt. Also sie können sagen, Marauder und der Awesome brauchen keine Reparatur. Habe ich hier überhaupt die Weapon Groups eingestellt? Passt, würde ich sagen. Ok, dann Hodor'n wir mal ne Runde. Oh fuck! Ich habe meine Weapon Groups nicht gesetzt. Das geht ja nicht hier. Also, wo man jetzt normalerweise die Krabbe noch zuhauen kann? Das kann sie doch normalerweise gar nicht. Ich dachte, die kann das nicht. Vielleicht mit Ballettel oder McLab kann sie das. Äh, ich möchte... Ich möchte... Ok, sind wir gerade verpackt hier? Ich sehe nicht... Ich sehe die Range von meinen Waffen nicht. Ähm... Ich würde sagen, wir machen das so. Die Laser kommen auf die Eins. Doppelschusswaffen auf die Dos. SRM so. 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 So, they're gonna throw everything they have at us, trying to put us in the ground before Colonel Sortex's reinforcements arrive. We've spent the past six months in hell, cowering and sulking in the shadow of those bastards, trying to survive against unprecedented circumstances. No dropship support, no air support, no way of communicating with the jump point. Hell, we even made it by with no HPG completely blind to the rest of the inner sphere. We made it through all of that. But today, finally, we can stand tall against these compelling bastards. Today is a day of retribution. Today we are finally taking the fight to them. Who's still here? I'm not one for speeches as eloquent as our mercenary friends. We have been struggling to survive since the Grey River ran red with the blood of our fallen brothers and sisters. Just remember, they're still here. They're watching over us. And today, God willing, we will avenge their deaths. For new service! For House Hothack! We have contacts. Dead ahead. All forces fire at will. Stay in cover and support one another. Don't let them spill one more ounce of Cobra's blood today! Commander, Colonel Westrick is right about one thing. The McCarran's forces will be relentless. There's no telling when the Davion heavy guards will make it to the field. So we need to support one another, if we're going to make it back after this alive. Tread carefully, Commander. Ha, tread carefully, sagt sie genau nachdem ich in eine Explosion reingelaufen bin. Sehr gut. So, wo sollen die sein? Ich sehe hier gar nichts. Oh. Na, war was? Oh. Oh. Oh, her is Hothack! Ma next inbound. Oh. Oh. Ich versuch's, aber ich seh' nichts. Oh, der überhitzt mich. Help. Boah, der hat mich erübelst. Überhitzt mit seinem Brand. Scheiss. Mamma mia. Ich hab' einen Stößignal, der hier auch noch. Ich hab' einen LRM-Boot hier gar nicht so gut, weil hier ist ziemlich statisch. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt die Gelegenheit hat, zum da draufballen. Und da hinten ist noch einer, der schießt mit einem Assault voll in den Rücken. Autsch. Oh, der ist zu blöd zum Schießen. Oh da, konnte Raketen schiessen. Ein Wunder ist geschehen. Was haben wir hier? Auch gespawnte Mechs hier irgendwo. Ah, guck mal da hinten, Kopfstärken. Nice. Nice. Focusing on issue target. Was schiesst du in den Raketen? Ey, vielleicht was hat es zu sein. Es ist Zeit, um den Krieg zu McCarran zu beenden. Das war's für Sie, Commander. Wohlfahrt zu pushen, und dann ist es vor, dass wir das. Die Krieg zu kommen! All Armored General Free Forces, das ist Colonel Archibald McCarran. Die Deviant-Heavy-Garren haben die Planet-Fall und haben den Krieg in die Flucht, in der Rear von Rekholem. Das ist ein Krieg, wir können nicht mehr gewinnen. All forces break off your engagement and escape your dropships. Sarna is lost. No need for you to go deal with it. Forces of the Federated Suns, give them no quarter. For plus, these wolves have hunted you like Crave lost in the woods. But now you have a chance to defang the Karen's armored cavalry once and for all. To all forces of the Federated Suns, we have cleared the field. Sarna is ours. Commander, I just want to say thank you. If you hadn't come to help us all those months ago, I have no doubt in my mind that we would have died like the rest of our brothers and sisters in the 5th. We'll never forget what you did for us. Nightwise, Captain. Without you, we would never have been able to complete our mission for the Kestrel Lancers. Now let's all fall back in with the heavy guards and finally get some R&R. Is free one hell of a campaign. Ja. Eure Verstärkung haben wir gar nicht gebraucht, ha. Aber Longbow war nicht die beste Idee, glaube ich hier, weil der konnte kaum schiessen. Aber ich wusste ja nicht, dass es eine Stadt-Map ist. Aber ich wusste ja nicht, dass es eine Stadt-Map ist. Er ist eine Stadt-Map ist neuer. Ein Kampf-Mister. Oh. How is this? Rapid fire is Müll. Endo Structure Yes please Wie viele gute Waffelungen hier Heilige Scheiße Wow Weiß man ja gar nicht Was man nehmen soll Da weiß man Gar nicht was man nehmen soll Ist er im 6 Impulse laser Commander I have just received your report from Arden Zortek I cannot tell you how glad I am to hear that you made it through the Zarna campaign When I heard of the armored cavalry ambush and the HPG being destroyed I feared that I may have condemned you all to death You had all of the Castor Lanterns worried for you While I am sorry that I cannot be there on Zarna to debrief you in person there is still much for me to do here on Tigress Please accept this canned message as your formal debriefing By the time Comstar is able to deliver this message to you our offensive which the news feeds have taken to calling the fourth succession war will be over As I speak Comstar is negotiating the end of all hostilities between the five great houses When all is said and done the Capellan Confederation will have to capitulate that it has lost over half of its former territory Most of it to be claimed by House Davian through Rite of Conquest But some by two former Capellan commonalities declaring independence from the confederation The first to break away was the Tikhonov commonality They were holding out hope that the confederation would come to their aid But after being cut off from a direct logistical route to Zion They eventually declared independence to spare their citizens from further Davian invasions You won't believe who leads them Our old friend Pavel Ritzik After he managed to escape our forces and fled Tikhonov Strategic Director Ritzik retreated to Elgin Where he took control of the region declaring himself Supreme Lord of the Tikhonov Free Republic His reign didn't last long as an assassin killed him back in June The other break away faction is the St. Ives commonality The former heir of the confederation Candace Liao abandoned the father to declare her province independent from the confederation I can't imagine how a Maximilian Liao is taking that one Comstar is negotiating to formally recognize these independent provinces as new nations Once their leaders can charter the new laws of their provisional governments Be sure to be on the lookout for those two once all the dust settles later this year The next item we'll need to discuss is the destruction of Sarna's HPG After the Fusiliers destroyed the HPG Comstar was furious with the Federated Sons Claiming as ultimately responsible for its destruction Put the entirety of the Federated Sons under interdiction Cutting off interstellar communications and commerce between the hundreds of Federation worlds Your report about the impostor Fusiliers captured by Captain Damu Couldn't have come at a worse time Had we known about this a month ago We would have been able to mount a defense against Comstar's accusations But first this Prince Davian has already agreed to allow Comstar to station their own mech security forces And every HPG in the Federated to ensure that such a debate never happened again It's much too late to defend our role in the Sarna HPG attack tomorrow Even if we now know that we are not responsible for the destruction The interdiction along with the war effort sent the Federated Sons economy into a tailspin Had they maintained their interdiction Comstar could have very much bankrupted the entire Federation Which brings me to the most uncomfortable part of this debrief Commander, the Federated Sons can no longer financially support the remainder of our contract with your unit I am to inform you that we are invoking our cancellation clause And release you from the remaining 4 months of your contract You will be compensated for this with your upon MRB release bonus I am sorry our time together had to end like this Commander But it's completely out of my hands The Cruises Lancers won't be escaping these budget cutbacks either While for the time being my command still exists on paper For the most part most of the personnel on the 2nd Cruises Lancers has been consolidated into the 3rd Cruises Under Marshal Pedroza's command and will continue to garrison Tigress I currently exist to ensure that the Castor Lancers continue to be a paper tiger to our enemies While the Federation's economy recovers from the war But I won't let this defeat me Or I didn't Won't this deter me I forged the Castor Lancers from nothing Once I can do it again Although You won't be around to help me this time Commander I'll never forget the contributions You and your team made to keep the legend Of the Castor Lancers alive We'll be back And stronger than ever You'll see Goodbye my friend Until we meet again Ja cool Jetzt kriegen wir hier einen Moller Nices Teil Ja, Large Laser Ultra Auto Cannon Mamma mia Tier 5 T4 10 Double Heat Sinks Not bad Not bad at all Ups Wo sind wir überhaupt Wo sind wir überhaupt Okay Mitten drin steht noch dabei Also Was ist das Ah Das ist die Ticon of Free Republic Hier Was losgelöst hat Ja Viel haben sie nicht mehr Wie ist das Wann Gehe ich dann wahrscheinlich Nach Ja Ja Doch Hier hin Die Industriezone Um dann Mal Zu reparieren So, aber ich werde schon wieder, dass meine Müdigkeit, ich merke schon wieder, dass meine Müdigkeit zurückkommt. Äh, deshalb würde ich mal für heute etwas früher Schluss machen. Urzeitmässig. Ich habe dafür auch früher angefangen. Ähm, aber ja, das war Castered Lancers. Das war noch, das ist noch der schwächste von den, von den DLC-Missionen. Da war eigentlich nur Lesen. Und, äh, ja, wir können jetzt schon das nächste machen. Können schon hier, äh, Rise of the Rustlehawk machen. Das wird dann auch noch was. Ja, okay, gut. Ja, dann, äh, vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.